Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaily.de und ich präsentiere Ihnen den IAN G-Markets Morning Call für Freitag, den 19. April. Gut, und wir beginnen am heutigen Freitag zunächst mit dem DAX im normalen Tagesschart. Wir sind hier in der Nacht deutlich zurückgekommen. Es hat einen israelischen Angriff auf den Iran gegeben. Die Märkte sind daraufhin in der Nacht wie erwartet eingebrochen, konnten sich in der Folge aber wieder erholen. Im Teheran deeskaliert aktuell und beschwichtigt bei diesem Angriff, dass es sich dabei nicht um einen vollumfänglichen Angriff gehandelt hat. Insofern könnte möglicherweise nun dieser Konflikt, dieser direkte Konflikt zwischen Israel und dem Iran wieder etwas deeskalieren. Die Märkte könnten daraufhin freundlich reagieren und wir könnten hier nach dem Kursrutsch vor einer Erholung stehen, wobei dann das nächste Long-Signal bei einem Hochlauf hier über den 50er EMA generiert werden würde. Die nächste Anlaufmarke wäre dann wieder der 10er EMA. Möglicherweise könnte sich der DAX aber auch hier nach dem Rücklauf zur oberen Begrenzung der Ike-Moku-Wolke auch längerfristig erholen und wir dann vor einem längeren Kursanstieg stehen. Dies gilt so lange, wie das heutige Tagestief im Bereich von 17.500 Punkten ungefähr nicht mehr unterschritten wird. Sollte dies doch der Fall sein, könnte sich die Lage natürlich wieder eintrüben und langfristig wäre dann auch mit einem Kursrutsch hier unter die Ike-Moku-Wolke zu rechnen und dann langfristig weiter fallenden Kursen. Solange dies aber nicht der Fall ist und wir uns hier in diesem Bereich halten können, ist nun eher mit einer Erholung zu rechnen und möglicherweise dann auch mit einer längeren Erholung. Gut und damit kommen wir dann direkt zu den Markierungslinien. Der Long-Bereich befindet sich heute ungefähr zwischen 17.600 und 17.650 Punkten. In diesem Bereich könnten sich spekulativ Long-Positionen anbieten, die wie gesagt dann auch unter dem Tagestief heute abgesichert werden sollten. Es ist also möglicherweise hier mit einem weiteren Hochlauf zu rechnen, nach dieser Erholung, nach dem Tagestief hier, nach dem bisherigen vorbürstlichen Tagestief in der Nacht. Der Short-Bereich liegt heute deutlich höher zwischen 18.090 und 18.140 Punkten. Dürfte heute höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden, weil ich mich hier eher auf Long-Positionen aktuell konzentriere. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem Ike-Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am Montag mit dem Ike-Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg im heutigen Trading und ein erholsames Wochenende. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg im Moment.